Herzlich Willkommen zum Masterminds Podcast, dem Podcast der E-Learning Group rund um Weiterbildung, Karriere und aktuelle Business-Themen. Was ist die Wirtschaft? Ethik, ein zentrales und wichtiges Element der Wirtschaft, auch wenn wir es nicht jeden Tag bewusst nachdenken, nach welcher Regel verhalte ich mich, aber ohne diese Regeln gibt es kein Zusammenleben. Herzlich Willkommen zum Masterminds Podcast. Die heutige Folge findet statt mit einem besonderen Gast, mit dem Herrn Christian Kuhn. Und wir sprechen heute über die Rolle von Ethik in Wirtschaft und Management. Lieber Herr Kuhn, herzlich Willkommen bei uns im Studio. Und ich darf Sie bitten, vielleicht bevor wir starten mit dem Inhaltlichen, ein paar Worte vielleicht zu Ihrer Person. Was tun Sie? Was bringt Sie hierher? Und wer verbirgt sich hinter der Person Christian Kuhn? Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin vielleicht ein bisschen ein Exot in Ihrem Umfeld. Ich komme aus einem anderen Bereich, aber habe natürlich mit dem Thema Ethik sehr viel zu tun, immer zu tun gehabt. Und für mich selbst auch spannend. Die letzten Jahre habe ich mich auch mit Ethik im wirtschaftlichen Bereich beschäftigt. Dazu eine sehr spannende Frage. Ich bin 1953 in Wien geboren, also nicht mehr so jung wie Sie etwa, schon einiges älter. Habe in Wien das Gymnasium besucht, dann studiert an der Universität Wien. Theologie, katholische Theologie, Jus. Ich habe katholische Theologie abgeschlossen und dann eine Dissertation gemacht, in einer Verbindung zum kanonischen Recht. Das ist also kirchliche Rechtsfragen. Ich bin dann nach einigen Aufenthalten, auch im Ausland, in Indien gelebt, einige Zeit, durch Zufall im Jahr 1980 schon bei der Justiz gelandet und zwar im Strafvollzug. Ich wurde eingeladen, das Thema der seelsorglichen Betreuung der Gefangenen zu übernehmen. Und das habe ich gemacht, gerne und mache es bis heute. Ich bin noch aktiv in diesem Bereich, allerdings mit einer Menge Zusatzaufgaben. Ich bin jetzt auch als Geschäftsführer, Direktor für die soziale Gerichtshilfe zuständig. Das ist eine Organisation, die hauptsächlich auf die Wiedereingliederung von Gefangenen und Haftentlassenen fokussiert. Im Zuge dessen habe ich auch immer wieder mit Leuten zu tun gehabt, die wegen Radikalisierung in Haft waren oder in Haft radikalisiert wurden. Ein Thema, das jetzt sehr aktuell ist, aber glücklicherweise in ihrem Kontext nicht von großer Bedeutung. Und wurde dann, Beginn der 90er Jahre, immer wieder auch von der UNO engagiert. Ich habe sehr enge Kontakte gehabt zur UNO in Wien. Wien ist ja der Sitz dieses UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Also alles, was mit Drogen und Kriminalität zu tun hat und die UNO beschäftigt, hat den Hauptsitz hier in Wien. Und wurde dann auch eingeladen für einige Jahre, 1994 bis 1996, habe ich das gemacht, hauptamtlich dort zu arbeiten als Konsulent für Strafvollzugsfragen. Da war ich beim Justizministerium angestellt, war ich dort freigestellt. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viel Auslandserfahrung zu sammeln. Ich wurde dann in Krisengebiete geschickt, einerseits um die Regierung gemeinsam mit Kollegen natürlich in Justizreformfragen zu beraten und andererseits aber auch um Trainingskurse zu halten für Polizeioffiziere und Strafvollzugsbeamte in leitender Position zum Thema Menschenrechte. Also da war ich zum Beispiel in Ruanda und Burundi, da war Mitte der 90er Jahre ein ganz schlimmer Krieg, der ein Land verwüstet hat, Ruanda. Ich war in Palästinensergebieten, im Gazastreifen. Das war nach dem Oslo-Abkommen durfte Arafat als Präsident der Palästinenser eigene Polizei haben. Da wurden 9000 Personen engagiert aus der Gesellschaft, ohne jede Vorerfahrung. Da war vom Studenten bis zum pensionierten Universitätsprofessor eine bunte Mischung, die mussten wir alle auf ihren Beruf vorbereiten. Das hat die Regierung von Norwegen alles finanziert, war natürlich für die Palästinenser, was Arbeitslosigkeit gab und gibt, hochinteressant, so am Posten zu ergattern. In Russland und in vielen lateinamerikanischen Staaten. Also das ist ein bisschen zu meinem Lebenslauf. Vielen Dank, Herr Kuhn, für diese Vorstellung von Ihrer Person. Wir sprechen heute über Moral, über Ethik. Was hat es damit auf sich, vielleicht bevor wir über Wirtschaftsethik sprechen, über Managementethik, wenn wir über die Begriffe Ethik und Moral sprechen, um was geht es da genau? Was versteht man unter diesen Begriffen? Im Alltag und im täglichen Gebrauch werden die Begriffe Ethik und Moral fast synonym verwendet. Es gibt feine Unterschiede, die werde ich dann kurz ansprechen, aber worum geht es im Kern? Im Kern geht es darum, wie sich eine Gemeinschaft organisiert. Das geht nicht ohne Regeln, die gibt es schon im Tierreich. Diese Regeln werden, je niedriger eine kulturelle Entwicklung ist, umso strenger und unflexibler angewandt. Sie sind im Tierreich fast genetisch angelegt, wie Tiere sich verhalten müssen innerhalb einer Gemeinschaft, weil sie sonst sofort ausgestoßen oder getötet werden. Das ist bei uns Menschen glücklicherweise anders, weil wir ja ein Bewusstsein haben, anders als Tiere, soweit wir das wissen, und weil wir auch einen Freiheitsspielraum haben. Das macht uns ja aus. Es kommt keine Gemeinschaft ohne Regeln aus. Soweit wir über die Ursprünge unserer Spezies Homo Sapiens, also über den modernen Menschen Kenntnis haben, wissen wir, dass es in jeder Gemeinschaft Regeln gab und eine Hierarchie gab. In sehr frühen Zeiten hat diese Hierarchie oft an der Spitze eine Person gehabt, die auch die Gottheit repräsentierte oder die Gemeinschaft als solche. Die wurde dann besonders verehrt und mit Ehrungen und Macht und Wohlstand überhäuft, weil sie eben der Repräsentant war für die ganze Gemeinschaft. In modernen Zeiten sind die Regeln auch einerseits eine große Tradition, andererseits aber auch durch Vernunft, vor allem seit der Aufklärung, festgelegt. Man hat gewisse Regeln, die als nicht mehr modern galten, ausgeschieden und neue hinzugenommen. Das ist also etwas, was im Fluss ist, die Regeln. Und auch die Gesetzgebung passt sich immer wieder neuen Entwicklungen an. Ethik und Moral bestimmen unser Leben und nicht nur unser aktives Handeln. Auch Nicht-Tun, Nicht-Aktiv-Werden hat eine ethische Relevanz. Es gibt zum Beispiel auch im Strafrecht das Bild eines im Stichlassen eines Verletzten. Also wenn ich etwas nicht tue, was von mir erwartet würde, als Mitglied der Gemeinschaft, einem Verletzten zu helfen, und ich tue es nicht, handle ich auch ethisch oder von ethischer Relevanz, eigentlich handle ich unethisch. Und das kann auch vom Gericht strafbar sein. In jeder Situation ist der Mensch immer gefordert, sich ethisch zu verhalten. Und insbesondere dann, wenn ich in einer Position bin, wo ich für andere Verantwortung trage, weil die alle von meinen Entscheidungen ja unmittelbar mit betroffen sind. Und Wirtschaften, Wirtschaft ist ein enorm interaktives Phänomen. Das wird ein Kontakt von Menschen und ein Aushandeln von Kompromissen und ein Ausgleich von Interessen zu ganz elementaren Themen, nämlich die materiellen Bedingungen unseres Lebens, unser Konsum, unser Handel, unsere Produktion. All das ist von dem Begriff Wirtschaft umfasst. Insofern ist Ethik ein zentrales und wichtiges Element der Wirtschaft, auch wenn wir es nicht jeden Tag bewusst nachdenken, nach welcher Regel verhalte ich mich. Aber ohne diese Regeln gibt es kein Zusammenleben. Ob die gut sind oder schlecht und in der jeweiligen Situation angebracht, das ist dann eine zweite Frage. Und diesen Fragen der konkreten Anwendung widmet sich auch das Skriptum und die Vorlesung, die dazu geplant ist. Vielen Dank. Das heißt, Ethik hat eine klare Rolle in der Wirtschaft? In jedem Fall. Wie kann man sich das jetzt konkret vorstellen? Also wir wissen jetzt, dass die Ethik in Wahrheit diese Rahmenbedingungen auch setzt für das Wirtschaften im weiteren Sinne. Aber man könnte jetzt schon überspitzt formulieren, ethisches Handeln, moralisch richtiges Handeln ist wirtschaftlich möglicherweise oft nachteilig. Völlig richtig. Und das bringt viele Menschen in Konflikte. Weil sie innerlich wissen, und das ist ein altmodisches Wort, in ihrem Gewissen auch Probleme haben, etwas zu vollziehen, was für sie in ihrer Position, in ihrem Betrieb eine Vorgabe ist, die sie vollziehen müssen. Häufig genug sind sehr ethisch orientierte Menschen in Positionen, wo sie Dinge tun müssen, die sie mit ihrem Gewissen eigentlich nicht wirklich gut vereinbaren können. Das ist eine ganz wichtige Frage. Und tatsächlich ist es so, dass große globale Strukturen des Wirtschaftens weltweit eigentlich in einer Situation sind, die nach unseren Traditionen sehr unethisch sind. Die Verteilung des Wohlstands, das Auseinanderklaffen zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft. Menschen, die in der Finanzwirtschaft zu Hause sind, technisch gut gerüstet sind, da geht es ja oft um winzigste Bruchteilen von Sekunden im Börsenhandel, die gut organisiert sind, die können ungeheure Vermögen ansammeln, die in keiner Relation stehen zu ihrer individuellen Leistung und die natürlich zu Kosten vieler anderer Menschen gehen, denen das Nötigste fehlt. Die ganze Frage der Entwicklungshilfe, dient sie tatsächlich den Empfängerländern oder werden sie als Entwicklungshilfe getarnt, sind es zum Teil auch Mechanismen, um einerseits seine Macht auszudehnen, wie man es einer Großmacht konkret vorwirft, oder um Produkte loszuwerden, die bei uns nicht mehr verwendbar oder verkaufbar sind, aber dort unter dem Titel Entwicklungshilfe an den Mann, an die Frau gebracht werden können, zerstören diese Güter lokale Produktionsstrukturen. Das heißt, ist der Schaden für das Land selbst größer als der unmittelbare Nutzen? All diese Fragen sind eigentlich an das globale Wirtschaften gerichtet und weder Sie noch ich noch unsere Studierenden oder so haben den Einfluss, da in größerem Stil etwas zu ändern. Das heißt, diese Frage, wie arbeite ich in unethischen Strukturen ethisch, das ist eine enorm wichtige Frage. Es gibt dazu auch keine klassische Antwort. Was etwas weiterhilft, wenn ich das noch dazu sagen kann, das ist eine Überlegung des großen Philosophen Max Weber. Er hat sich dieser Frage gestellt und er unterscheidet zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik ist die kompromisslose Umsetzung der reinen Lehre, so wie ich sie verstehe, also meiner Gesinnung. Ich bin zum Beispiel, nicht ich jetzt, nur ein Beispiel, radikal ökologisch. Verantwortungsethik bedeutet, ich nehme die Verantwortung wahr, gemäß meiner Gesinnung, aber ich anerkenne auch die Realität, wie sie ist und versuche in den Vorgaben der Realität so weit als möglich gemäß meiner Gesinnung zu handeln. Das zwingt natürlich laufend zu Kompromissen. Aber es ist für viele der praktikablere und, wie ich meine, auch der realistischere Zugang und auch ein sehr ethischer Zugang. Wer reiner Gesinnungsethiker ist, läuft immer Gefahr, ein bisschen in den Fanatismus abzugleiten, ohne Rücksicht auf Verluste, seine Gesinnung durchzusetzen. Es kann bis zu gewaltsamen Aktionen führen, die dann natürlich mit der eigenen Gesinnung gerechtfertigt werden. Und das ist eine Herausforderung, mit der jeder Mensch, vor allem aber jemand, der in einem Betrieb Verantwortung hat, leben muss. Nehmen wir an, jemand ist im Kern überzeugt, dass die Atomkraft schlecht ist oder gefährlich für die Menschheit. Arbeitet über einen Betrieb, der auch Zulieferprodukte erzeugt, die für die Atomkraft verwendet werden. Die Beispiele sind endlos und täglich vorhanden. Da stellt sich jetzt ja die Frage, nicht zwingend nach der Rolle von Ethik in Wirtschaft generell, sondern wahrscheinlich die Frage danach, wie viel Ethik jetzt eigentlich in der Wirtschaft benötigt wird. Kann man das beantworten? Wie viel Ethik ist gut? Gibt es hier eine Grenze, die man ziehen kann? Nein, Ethik ist ja keine Zutat, die dazukommt, die man weglassen kann oder dazugeben. Deswegen habe ich das Beispiel gebracht, auch Nichthandeln hat eine ethische Relevanz. Oder weiter das zu tun, was ohnehin schon die ganze Zeit getan wird, hat eine ethische Relevanz. Das heißt, jedes Verhalten hat ethisch eine Bedeutung, weil es Folgen hat für andere. Auch Nichthandeln hat Folgen für andere. Ich kann mich vor dieser Entscheidung eigentlich nicht drücken. Denn auch wenn ich nicht entscheide, habe ich entschieden, dass es eben so weitergeht wie bisher. Ethik ist gleichsam wie ein Blutkreislauf, der alles durchdringt und mitbestimmt, aber natürlich nicht täglich ausdrücklich auf der Tagesordnung ist, oft viele Tage nicht auf der Tagesordnung, als Ethik. Wobei ich glaube, dass wir hier verschiedene Ebenen haben. Es gibt natürlich diese globale ethische Herausforderung, dass die Situation heute so ist, dass sie natürlich in hohem Maße dem widerspricht, was wir als ethisch empfinden würden. Wie schon gesagt, die Wohlstandsverteilung, die Anhäufung von immer größeren Vermögen in immer schnellerem Tempo in der Hand von immer weniger Personen. Die große Manipulationsgewalt, die diese wenigen Machtzentren in Händen haben. Viele Aspekte. Aber in unserem persönlichen Arbeitsleben, dort wo ich gerade stehe, ist Ethik ja viel häufiger und auch mit mehr Wirkung auf alltägliche Handlungen bezogen. Wie gehe ich mit Kollegen um? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Und hier hat der Einzelne schon eine hohe Gestaltungsmöglichkeit und auch eine hohe ethische Verantwortung, die er zu nutzen hat. Definitiv. Wenn ich jetzt nochmal zurückspule zuvor hin, wo wir gesagt haben, diese Auswirkungen, diese Beeinflussungsmöglichkeiten, die das Individuum wahrscheinlich für die globale Ethik hat, sind limitiert. Aber es ist schon so, dass es viele Konzerne gibt, die natürlich heute Machtzentren sind, die wahrscheinlich mächtiger sind als ganze Staaten. Wenn man da die wichtigen, großen Konzerne hernimmt, die im digitalen Bereich tätig sind. Wenn man hier jetzt sich hineinversetzt in die Spitzenfunktionäre, in die CEOs und so weiter, dann haben wir hier natürlich ein enormes Machtzentrum. Und diese Personen können mit ihren Entscheidungen wahrscheinlich sehr wohl auch ganz, ganz relevante Beeinflussungen hinsichtlich Ethik vornehmen. Das heißt, um auf die konkrete Frage überzuleiten, wenn man sich jetzt in die Führungskräfte hineinversetzt. Welche Rolle spielt Ethik da? Und kann man hier nicht vielleicht doch gerade in großen Konzernen Einfluss nehmen? Also da bin ich nicht so optimistisch, was uns betrifft, Sie und mich und die Studierenden. Das könnte nur die Masse durch ihr Verhalten. Der Chef des ganzen Geschehens ist ja eigentlich der Konsument oder die Konsumenten. Nur, das ist eine Masse. Und die Masse lässt sich nicht so leicht steuern, außer genau durch jene, die Sie genannt haben, die ja eigentlich das Ziel unserer Manipulation wäre oder unserer Beeinflussung. Das heißt, die haben aber die Macht über die Masse und deren Meinung. Aber Sie haben völlig recht. Wir sind jetzt bei einem Thema, das ganz spannend ist, aber eines, das uns eigentlich theoretisch beschäftigt, weil wir da wenig Einflussmöglichkeit haben. Es kommt nicht von ungefähr, dass einige dieser ganz Großen offensichtlich aufgrund der ungeheuren Macht und des Vermögens, dass sie auch eine Verantwortung spüren. Wie Sie wissen, hat Bill Gates, der Gründer von Microsoft, einen Großteil seines Vermögens in eine Stiftung eingebracht. Jetzt gibt es viele wieder, die sagen, das macht er nur, um wieder auf andere Weise Einfluss zu nehmen. Ich würde ihm nicht notwendigerweise ein schlechtes Motiv unterstellen. Es gibt Menschen, die aufgrund ihrer großen Möglichkeit auch eine große Verantwortung spüren. Und ich bin fest überzeugt, dass Sie dafür auch Ihren, und jetzt Anführungszeichen, Lohn empfangen, im Sinn eines erfüllten und sinnerfüllten Daseins. Wenn sich so jemand mit 70, 80 Jahren fragt, wofür war ich auf der Welt, um Geld anzuhäufen, das ist eigentlich eine sehr armselige Antwort. Wenn so jemand sagen kann, ich habe versucht, Menschen in Not ein lebenswertes Leben zu ermöglichen. Diese Stiftung investiert riesige Summen in Impfprogramme und Schulungsprogramme und so weiter, speziell in Afrika. Natürlich kann man dann wieder sagen, jemand, jetzt denke ich nicht an Bill Gates, sondern an diesen George Soros, das ist ein Vorwurf, den ich nicht teile, weil ich da zu wenig Wissen habe, der ja auch sehr viel Geld investiert in gute Bildungsprogramme, dem wirft man wieder vor, er macht es, um seine eigene Ideologie zu betreiben. Das heißt, natürlich kann man da auch wieder nachfragen, ist das jetzt nur ein gutes Werk oder steht etwas anderes auch noch dahinter. In den USA ist das häufiger zu finden, dieses private Engagement für das Gemeinwohl. Bei uns in Europa ist vielmehr das Verlassen auf den Staat, der ist ja in den USA, was diese sozialen Aspekte betrifft, nicht so stark wie bei uns, aber dafür ist dort mehr entwickelt, mit so sozialen Initiativen. Da gibt es ja eine Menge Foundations und so weiter. Wie gesagt, oft nicht selbstlos, sondern mit ideologischem Hintergrund, aber dem Bill Gates haben sich ja viele angeschlossen, die Investor wollen Buffett einen Großteil sein und viele andere. Ich glaube schon, dass hier nicht nur wieder egoistische Motive notwendigerweise gefunden werden müssen, sondern da gibt es schon ein Gefühl der Verantwortung. Natürlich hat so jemand auch eine Verantwortung für seine Zehntausenden oder weit über Hunderttausenden Mitarbeiter auf der Welt. Also insofern hat er auch Verantwortung, seinen Unternehmen lebendig zu halten und Gewinn machen zu lassen. Aber insgesamt haben sie recht und damit komme ich schon zum Schluss, die wahre Macht liegt längst dort. Bei den fünf Großen, die man immer nennt, wie sie sagen, Amazon, Microsoft, Apple, Google, Facebook noch und Netflix vielleicht am Rande als Nachzügler. Aber nein, genau, dort liegt die Macht. Wenn so ein Betrieb mit einem kleinen Staat zu tun hat, da geht die Regierung immer in die Knie. Wir wissen das auch, was die Steuermoral dieser Betriebe betrifft in Europa. Also die Weltökonomie ist in höchstem Maße auch unmoralisch. Das ist ein Faktum. Auch, sage ich. Das sind einfach Eigengesetzlichkeiten. Und im Letzten führt es immer auf die Frage, nach dem Menschenbild, ist der Mensch von sich aus gut, hilfsbereit, sozial oder ist er eher, wie die alten Römer gesagt haben, homo homini lupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, also überwiegt er dieses Aggressionspotenzial, diese Bereitschaft der Konkurrenz, dem anderen überlegen zu sein. Ich glaube, der Mensch hat beides in sich und beides braucht er aus evolutionären Gründen. Es ist eine Frage der kulturellen Leistung, inwieweit ich diese Emotionen, diese Antriebe so entwickle, dass sie sozial verträglich sind. Optimal. Jetzt haben wir über diese großen Konzerne gesprochen, die natürlich eine Sonderstellung einnehmen, aber vielleicht für die Hörer ganz interessant, die vielleicht jetzt auch Führungspositionen haben in ihrem Unternehmen. Welchen moralischen Kompass, welche ethischen Handlungsempfehlungen gibt es denn für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht in einer Führungsrolle ist aktuell? Welche ethischen Empfehlungen gibt es da von Ihrer Seite für Führungskräfte? Also zunächst gibt es Verpflichtungen und das sind die gesetzlichen Vorgaben. Die gesetzlichen Vorgaben versuchen ja, sich an ethischen Normen zu orientieren. Wenn es gesetzlich verboten ist, zu stehlen, dann orientiert sich das ja an einem uralten Gebot der Menschheit, das schon in den zehn Geboten als Simtes auftaucht. Du sollst nicht stehlen. Also Respekt vor fremdem Eigentum. Das ist nicht eine persönliche Entscheidung, die der eine trifft und der andere nicht, sondern eine verpflichtende Vorgabe. Viele versuchen da ein bisschen davon zu kommen, schon auf steuerlicher Ebene und auf alle möglichen Hintergehungsmöglichkeiten. Das ist die andere Seite. Aber grundsätzlich ist es eine Vorgabe. Also das ist das Erste. Die Ethik eines jeden Managers oder überhaupt jedes Mitarbeiters richtet sich einmal danach, diesen gesetzlichen Vorgaben zu folgen. Das Zweite ist die Idee der Compliance. Da verwenden wir natürlich wieder ein fremdes Wort aus dem Englischen. Das ist die Übereinstimmung. Compliance heißt, ich stimme überein mit den Vorgaben des Betriebes. Wenn es dort eine Vorschrift ist, dass man, weiß ich jetzt nicht, ich erfinde jetzt während der Arbeitszeit keinen Alkohol konsumiert, dann wäre Compliance, dass ich mich daran halte. Und für Führungspersönlichkeiten ist es natürlich doppelt wichtig, die Vorgaben des Betriebs zu halten, weil sie auch ein Vorbild, englisch ein Role Model, sind und sein sollen. Also das liegt auf der Hand, dass ein Chef seine Glaubwürdigkeit sofort verspielt, wenn er einschreitet, wenn er sieht, jemand trinkt da ein Bier und selbst weiß man, er hat in seinem Büro das Schnapsglaschen stehen und die Schnapsflasche und so weiter. Also das ist, was Ethik einer Führungskraft betrifft, enorm wichtig, die Glaubwürdigkeit. Vertrete ich auch persönlich das, was ich einfordere von anderen? Es gibt also schon Richtlinien ethische und dann natürlich gibt es das, was in den großen Kulturen und Traditionen, auch religiösen Traditionen, an übereinstimmenden Werten zu finden ist. Und grundlegend, das erste ist der Respekt vor dem anderen. Das wird überall anders formuliert oder ohnehin sehr ähnlich im Christentum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Volksmund sagt, was du nicht willst, das man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Zum Beispiel Ehrbeschädigung, den Ruf jemand anderes zu zerstören. Das ist sehr leicht getan durch Gerüchte, durch Anspielungen, selbst wenn sie in der Realität nicht gerechtfertigt sind. Sowas kann sich verbreitern. Dann entsteht ein Klima, das jemanden ein bisschen ins Abseits drängt oder eine Meinung entsteht über jemanden, die vielleicht sachlich gar nicht begründet ist. Das heißt, die Integrität, auch die Ehre, den Ruf eines anderen zu achten, ist eine Vorgabe. Das ist nicht die Erfindung von irgendeinem idealistischen Spinner, sondern das ist nach unseren menschlichen Traditionen etwas Grundlegendes. Und ob Sie in asiatische Kulturen schauen oder in Nahöstliche oder in die Christliche, überall ist das eine Vorgabe. Es gibt solche Vorgaben. Und eine Richtlinie ist, wie der Volksmund sagt, würde ich mich kränken, würde ich verletzt sein, wenn mir das jemand macht. Wenn ich das merke, dann weiß ich schon, dann soll ich es dem anderen auch nicht zufügen. Aber ich bin natürlich überzeugt, dass alle Menschen, mit denen wir da in ihrem Institut zu tun haben, da ein sehr gutes Gespür haben. Was ist richtig, was ist falsch. Man folgt ihm nicht immer. Entweder aus Emotion, aus Zorn, aus Rache, aus Empörung über jemanden oder aus Nachlässigkeit, weil zu mühsam, oder aus Feigheit. Widerspreche ich dem jetzt, wenn er etwas Negatives sagt über einen Kollegen, wo ich weiß, das stimmt nicht. Also ich glaube schon, dass die allermeisten Menschen einen guten inneren Kompass haben, für das, was richtig ist. Jetzt haben wir viel gesprochen über Moral, über Ethik. Bei großen Konzernen, wir haben uns angeschaut, welche Aspekte hier wichtig sind für Führungskräfte. Ein Thema, was wir jetzt ein bisschen ausgespart haben, was aber, glaube ich, immer wichtiger wird, insbesondere in dieser globalen Welt, die auf Vernetzung setzt, jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich umso mehr, ist die Bedeutung von Ethik in einer zunehmend digitalisierten Welt. Was ist dazu zu sagen? Eine enorm wichtige Frage. Diese Entwicklung und vor allem diese Rasanz einer Entwicklung, wie jene, die wir jetzt erleben, wie die Zeit, in der wir jetzt stehen, hat es historisch natürlich nie gegeben. Ich denke mir oft, wie war das Lebensgefühl vor drei, vier hundert Jahren, wo sich im Lebensalter einer Person oft nichts geändert hat, außer vielleicht die Art und Weise, wie man die Hose gebunden hat, mehr Pumphose oder mehr Schlanker, ein bisschen die Mode. Ein Krieg mag Landesgrenzen verschoben haben, aber im alltäglichen Leben hat der Bub so gelebt wie der Großvater. Das muss ein ungeheures Gefühl von Stabilität gegeben haben. Heute hat man in einem Lebensalter so viele verschiedene, rasante Entwicklungssprünge erlebt. Das ändert natürlich unser ganzes Lebensgefühl auch. Die Digitalisierung und vor allem die KI, die künstliche Intelligenz, das halte ich für die größte Herausforderung. Und lustigerweise hat Ähnliches gesagt der Stephen Hawking, dieser berühmte englische Wissenschaftler und ein Leader auch, ein Intellektuell, ein Moral Leader, wenn man so sagen will, als eine Führungspersönlichkeit vor seinem Tod. Für ihn ist die künstliche Intelligenz die größte Gefahr für die Menschheit. Natürlich auch eine riesige Chance im medizinischen Bereich, in vielerlei Dingen. Aber das entwickelt sich so schnell. Und eine Folge wird sein, es wird eine ungeheuer große Zahl von Arbeitsplätzen verloren gehen. Man wird zum Beispiel eine Autoproduktionsfirma so automatisieren können, dass zwei, drei Leute, die führen, wo früher Hunderte gestanden sind, am Fließband oder am Zusammenschweißen, wenn es Autos gibt, die selbstständig fahren, alle Chauffeure, die Speditöre, es wird ungeheuer viel eine Neuorganisation der Arbeit geben müssen. Denn Arbeit gibt es ja auf der Welt. Es wird mehr alte Leute geben, die Pflege brauchen, die Betreuung brauchen. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Chauffeur Pfleger werden muss, weil das liegt auch nicht jedem. Aber es wird sicher eine Zeit geben, bin ich überzeugt, die eine riesige Arbeitslosigkeit bringt, vor allem in den traditionellen Berufen. Insofern ist Digitalisierung und vor allem künstliche Intelligenz eine enorme Herausforderung. Und es gibt kein zentrales Organ weltweit, das die digitale Entwicklung steuert. Wir in Europa legen uns ja ständig Grenzen auf, aus rein ethischen Gründen. Man sagt, in diese Richtung wollen wir nicht weiter forschen, weil das zu heikel ist. Zum Beispiel in der Gentechnologie. In Korea oder China weiß ich nichts von solchen selbst auferlegten Grenzen aus ethischen Gründen. Wenn es dort aber zu Entwicklungen, zu Erfindungen kommt, werden die nicht ohne Einfluss sein auf uns. Wenn man zum Beispiel im medizinischen Bereich Entwicklungen schafft, die bislang unheilbare Krankheiten in den Griff bekommen oder präventiv vor Krankheiten schützen können, vor Schlaganfällen und Dingen, die unendlich viel Leid über die Menschen bringen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass europäische Länder aus Gründen davon Abstand nehmen, aus Gründen, die sie als ethisch korrekt ansehen. Da wird der Druck so groß sein, dass alle Kranken das haben wollen. Verständlicherweise. Ich würde auch dazu gehören, wenn ich da betroffen wäre. Das heißt, die globale Entwicklung ist eigentlich nicht kontrolliert zentral, ob sie jetzt noch ethischen Aspekten erfolgt oder nicht. Und was sich hier noch tun wird, aber jetzt von der Zukunft weg auf die Gegenwart, was ist für die digitale Welt von ethischer Bedeutung? Erstens natürlich eine gewisse Verpflichtung, eine theoretische zur Wahrhaftigkeit. Du kannst ja digital jede Wirklichkeit und Fantasie so steuern, dass man am Ende als Konsument nicht mehr weiß, ist das wirklich oder nicht. Und man kann ja optisch auch Fantasieszenarien aufbereiten. Also die Wahrhaftigkeit. Zweitens die große Manipulationsmöglichkeit. Wir wissen natürlich auch zum Beispiel das Thema Radikalisierung, ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, das erfolgt ja zu einem guten Teil übers Internet. Das heißt, die Beeinflussungsmöglichkeit durch die digitale Welt. Es gibt gerade im Internet enorme ethische Herausforderungen. Was natürlich auch ein Faktor ist, das bekomme ich selber im Marketing immer wieder mit, ist das Thema Datenschutz. Was heute auch einfach gegeben sein muss in dieser Welt. Vielleicht auch dieser Verbindung ist das wahrscheinlich zur Wahrhaftigkeit, aber auch das Thema vielleicht einfach das Eigentum des Anderen ist einfach nicht zu touchieren, nicht wegzunehmen. Denn was heute möglich ist und was vor 100 Jahren eher nicht möglich war, ist das Thema Datendiebstahl, persönliche Daten. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen und sagen, das ist auch eine Herausforderung, eine ethische Herausforderung, wenn wir über Ethik und Digitalisierung sprechen. Das aus meiner Sicht nicht wirklich greifbare Konstrukt der persönlichen Daten, dass man das auch immer in der Überlegung mit einbehält und mit einbezieht. Vielleicht kann man das noch irgendwie erweitern, das Thema Datenschutz. Ja, selbstverständlich. Herr Fink, Sie haben völlig recht. Die technischen Möglichkeiten, die es schon gibt, können in einer solchen Weise verwendet werden, dass alles, was Privatleben, Intimität bedeutet und für den Einzelnen ungemein wichtig ist, als eine Zone des Persönlichen, des Rückzugs, der Sicherheit, des sich geborgen fühlens völlig zerstört wird. Ohne, dass er das weiß und ohne, dass er zustimmt. Oft erfährt er es dann im Nachhinein, was wissen Menschen von mir? Warum hast du diese oder jene Fotos gesehen? Ich finde das eine ungemein schlimme Entwicklung. Allerdings, ich habe vorhin schon gesagt, der mächtigste Player ist der Konsument. Und hier kommt es zu einer sehr unheilvollen Wechselwirkung. Je inferiorer das Angebot, umso interessenter für den Konsumenten. Weil der Konsument sich aber dafür interessiert, läuft wieder der Medienhersteller noch weiter in Richtung Inferiorität. Nehmen wir an, die Audienz eines Papstes. Es wird drei Stunden gefilmt, er verhält sich immer angemessen. Nehmen wir an, in einer Sekunde juckt es ihm an der Nase und er greift sich hin, um sich zu kratzen und das schaut so aus, als würde er gerade Nase bohren. Der Journalist, der dieses Foto macht, bin ich sicher, wird das das Erste oder Einzige oder Wichtigste sein, was von dem ganzen Ereignis gebracht wird. Das heißt, es ist so ein Fokus auf den Fehltritt, auf die Schwachstelle, auf die eine Situation, wo du dich nicht perfekt verhalten hast. Und das halte ich für eigentlich völlig verfehlt. Das ist aber ein Faktum in den Medien. Und ich nehme mich auch nicht aus, wenn irgendwas Besonderes ist in dieser Hinsicht, aha, der Politiker ist gestürzt, wie er die Treppe runtergegangen ist, das schaut sich jetzt jeder an. In Wirklichkeit der Informationswert ist er völlig null. Es ist eigentlich Voyeurismus. Und diese Gewöhnung an den Voyeurismus, diese Wollust am Eindringen und Wahrnehmung der Schwächen anderer, das wird durch diesen unangemessenen Gebrauch des Digitalen sehr gefördert. Hinzu kommt, ganz in enger Verbindung dazu, auch das Thema der Abhängigkeit. Viele Leute meines Alters, mich stört es nicht und ich gehöre selber oft dazu, aber die sagen, schau in diesen Straßenbahnwagon, da sind 20 Leute, 17 Spielen am Handy. Ich finde es in Ordnung und man nutzt die Zeit auch um seine SMS anzuschauen und so weiter, aber in Wirklichkeit entsteht etwas, was überhaupt ein, für mich kein angenehmes, aber eine schrägliche Version der Zukunft ist, der Cyborg. Das heißt, die Verbindung des physischen Menschen mit Geräten, die so eng wird, dass die Geräte als Teil des Körpers empfunden werden oder sind. Ich habe das auch im Skriptum erwähnt, eine neue Methode, um Mitarbeitern das Leben zu erleichtern, offiziell, das läuft ja immer unter diesem Titel, ist die Implantierung von Chips in die Handoberfläche. Die sind sehr klein, die sind Reiskorn groß, die werden da zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert, man hat das drin und vergisst es. Aber es ist natürlich ein enormer Vorteil, alles Sicherheitschecken fällt weg, die vielen Passwörter, die man sich merken muss, kann man alles mit diesem Chip, der identifiziert sich eindeutig als die Person, die sie sind und es gibt Firmen, in Schweden ist das geläufig und häufig, auch in Deutschland gibt es schon, wo Betriebe anbieten, dass Mitarbeiter sich das freiwillig implantieren lassen. Jetzt, wenn man an die Folgen denkt, ich glaube, jedem gibt die Fantasie genug Möglichkeiten, sich die schlimmsten Folgen dieser Sache auszudenken. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht so ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Zeit leben und einer Generation großziehen, zu der ich selber auch gehöre, wo es sehr, sehr viele gibt, ich würde sogar behaupten, bald die Mehrheit an Personen, die hier die Bequemlichkeit, den Komfort und die Effizienz und die Produktivität vor rein, noch vor Datenschutzbedenken und vor Sicherheitsbedenken. Sehr interessant. Ich glaube tatsächlich, dass wir in diese Richtung zusteuern. Sonst würde es, glaube ich, solche Entwicklungen gar nicht geben. Ich sehe es vielleicht bei mir noch nicht, aber sicherlich bei Jüngeren, bei meinen kleineren Geschwistern beobachte ich das schon durchaus. Hier findet kein innerer Diskurs statt, hier gibt es keine Reflexion mehr. Ich glaube, da steht die Bequemlichkeit, die Funktionalität im Vordergrund und wenn man da jetzt ein bisschen was von seiner Privatsphäre aufgeben muss, dann ist das meistens schon in Ordnung. Und das ist sicherlich ein Thema, was ganz gefährlich ist, denn wir kennen alle Unternehmen und wir haben zwar vorhin gesagt, Unternehmen handeln oftmals moralisch richtig und ethisch und es ist auch immer gut, wenn man das im Hinterkopf behält, Stichwort Compliance, Stichwort Gesetzgebung, Stichwort Werte und Führung im Unternehmen, aber ich glaube schon, dass die Mehrheit der Unternehmen am Ende des Tages bei jeder Kalkulation von jeder Handlung immer schaut, was bringt es unterm Strich. Auch ethische Handlungen, ethisch korrekte Handlungen können ja unterm Strich gewinnbringend sein. Ich bin sogar davon überzeugt, dass viele Unternehmen ethisch gewisse Dinge umsetzen, wie einen Compliance-Handbuch oder irgendwelche Nachhaltigkeitsthemen. Ganz einfach, weil es für die Marke förderlich ist, weil es in der Außenwahrnehmung förderlich ist, aber dieselben Unternehmen glaube ich auch, dass die, ohne mit der Wimper zu zucken, sehr gerne Kundendaten annehmen, um hier vielleicht Rückschlüsse zu gewinnen und ich glaube, dass die Kunden und die Konsumenten, die so viel Macht haben, wie wir es vorher gesagt haben, immer mehr dazu bereit sind, diese Daten auch preiszugeben. Das nur so als Beitrag von meiner Seite. Ich glaube, dass hier ein Diskurs stattfinden muss und das sehe ich unter anderem auch als riesiges Problemfeld zum Thema Digitalisierung und Ethik. Herr Fink, so ein wunderbarer und wichtiger Beitrag. Ich unterstreiche jedes Wort, auch diese ganze Compliance und Ethik und das ist natürlich leider zu 80, 90 Prozent oft auch wieder nur Propaganda. Das ist ja völlig logisch und Fairtrade und was Firmen alles anführen, um sozusagen den Konsumenten, das Gewissen des Konsumenten zu beruhigen, was da schon an Lügen aufgedeckt wurde. Trotzdem muss man sich in seinem Nano-Bereich, in dem ganz Kleinen, weiter bemühen, aber, was Sie sagen, völlig richtig und das meine ich ist die Gefahr der Abhängigkeit. Der Konzern fürchtet ja nichts mehr, als die ständige Abhängigkeit seines Konsumenten zu verlieren und deswegen, ob Sie Radio hören, ob Sie Fernsehen schauen, ob Sie sonst was machen, es ist alles so aufgebaut, Sie ja fest im Griff zu behalten. Es mag einmal im Fernsehen ausnahmsweise ein guter Film sein im ORF. Der Film ist noch nicht zu Ende Abspann gibt es schon gar keinen mehr, sondern das letzte Wort und Sie haben schon diese rote Fläche mit der Werbung für nächsten Film. Das Entstehen, wenn ein Film einmal wirklich in der Lage wäre, große Gefühle entstehen zu lassen, so weit kommt es nicht und darf es nicht kommen. Du musst im ständigen Tempo sein, in der ständigen Blase der Abhängigkeit, weil du sonst als Konsument verloren gehen könntest. Der große Philosoph Blaise Pascal hat einmal zugespitzt gesagt, so ein bisschen Spaß halber, das ganze Unglück der Welt kommt daher, dass kein Mensch es aushält, eine Stunde allein im Zimmer zu sitzen, ohne Ablenkung. Es ist zugespitzt, aber es trifft etwas Wesentliches. Unsere Zeit mit dieser ständigen Werbung, Berieselung ist gekennzeichnet vom Faktor Zerstreuung, Ablenkung und Beeinflussung. In dem Moment, wo ein Mensch ohne Hände und irgendwo so eine Stunde im Wald spazieren ginge, er könnte ja seiner selbst gewahr werden und könnte sagen, eigentlich brauche ich ja so viel Blödsinn gar nicht, eigentlich will ich manchmal meine Ruhe haben, eigentlich will ich ja auch ein Privatleben führen, ohne das. Das fürchten die Konzerne. Du darfst dich nicht individualisieren mit eigenem Bedürfnis, mit einem eigenen Gewissen. Du musst so infantilisiert gehalten werden, dass du dich freust, wenn du wie im Kindergarten auf Facebook sofort berichten kannst, meine Katze hat drei Junge bekommen oder sonst wie. Ist ja alles harmlos, ja und ich freue mich mit und finde es nett, aber im Grunde bieten sich die Menschen ja selbst an, die präsentieren ja ihr Privatleben auf dem Tablett, weil sie auch so gehalten werden. Die dürfen nicht sich individualisieren, denn da würden es ja kritische Bürger, die würden ja vieles hinterfragen und da haben sie recht. Ich unterstreiche jedes Wort, was sie gesagt haben. Und diese Kombination, die reale Macht in den Händen von immer weniger Leuten, schauen Sie vor zwei, drei Jahrzehnten hat es in den USA über 50 Zeitungsherausgeber gegeben, jetzt gibt es fünf. Das ballt sich immer mehr zusammen und die großen, wie sie sagen, Facebook und Amazon und Google, diese großen Player, die haben eigentlich so viel Macht in der Hand bereits, was diese Führung von schon an diesem Betrieb gewöhnten Massen bedeutet. Wenn da eine gewisse Mode forciert wird, eben jeder zeigt, weiß ich nicht, dieses oder jenes, sein Schlafzimmer her, wer hat das schönste Schlafzimmer, ich würde es ein bisschen übertreiben, dann werden Millionen auch ihr Schlafzimmer herzeigen. Also dieses Risiko einer weitgehend manipulierten Masse sehe ich. Risiko, es ist kein unabwendbares Schicksal. Ich finde auch, letzter Satz, dass ich nicht zu lang bin, ich finde gerade auch bei den jungen Leuten, muss ich sagen, eindrucksvolle Personen und Persönlichkeiten, die sich bewusst dem entgegenstellen. Ich habe eine Zeit lang auch nebenher unterrichtet am Französchen Gymnasium in Wien, im Licee Francais, da waren so 16, 17, 18-jährige Schüler, Hut ab, da waren viele, die gesagt haben, das mache ich nicht, da mache ich nicht mit. Das ist eine Gruppe von 17-jährigen Essen gegangen in die Kantinen, die haben gesagt, Mittagessen, wir legen alle Handys auf einem Platz, weg vom Tisch, während wir essen, kein Handy. Auf das müssen 17-Jährige erst kommen. Selbstständig, von niemandem beeinflusst. Also ich bin bei der jungen Generation nicht per se pessimistisch, da sehe ich sehr viele wunderbare Personen, aber in der Masse bestehen alle die Risiken, die Sie genannt haben. Eine wichtige Thematik haben wir jetzt noch ausgespart, wir haben jetzt viel gesprochen über Digitalisierung, über ethisches Handeln in der Wirtschaft, Großkonzerne bis hin zu Führungsetagen in kleineren Unternehmen. eine Herausforderung, die glaube ich gerade global relevant ist, ist der Umgang mit und die Situation rund um das Coronavirus. Wir schreiben jetzt heute den, ich muss nachschauen, Moment, den 15. Dezember 2020, also das Coronavirus ist jetzt eigentlich bald ein Jahr bei uns. Welche ethischen Implikationen hat denn das Coronavirus auf die Gesellschaft und vor allem auf die Wirtschaft? Ich glaube, dass grundsätzlich sich nichts ändert, die Prinzipien gleichbleiben, Rücksicht auf andere, keine Gefährdung von Mitmenschen. Was das im jeweiligen Moment des Corona-Prozesses bedeutet, hängt von den Umständen ab. Es wird in gewissen Momenten bedeuten, dass ich verzichte auf Kontakte, dass ich den Regeln folge, die einzuhalten sind, wie Maske und diese Dinge. Ich glaube nicht, dass das Coronavirus grundsätzlich so viel ändert. Es ändert die konkrete Weise, wie ich den Respekt anderen gegenüber ausleben kann und muss durch die Vorgaben, die wir eh alle kennen. Auf die Wirtschaft hat es natürlich schon Einfluss. Für Betriebe ist wieder die Herausforderung, diese Möglichkeit nicht zu nutzen für eigene Vorteile. Zum Beispiel Mitarbeiter abzubauen, die man eigentlich halten könnte unter dem Vorwand Corona. Ich weiß auch von Betrieben, die große Hilfen beanspruchen, obwohl sie es eigentlich gar nicht brauchen oder frage ich es, ob sie anspruchsberechtigt wirklich sind. Jeder Umstand wird automatisch auch genutzt zum eigenen Vorteil. Das liegt in der Natur der Menschen. Es ist nicht sympathisch, aber wenn man sich selbst ertappt oder beobachtet, wird man auch natürlich im kleineren Bereich nicht wird man auch manchmal was kaufen und sagen ich brauche keine Rechnung oder Dinge dieser Art. Also das liegt in der Natur des Menschen, aber man soll es dennoch nicht hemmungslos akzeptieren. Corona wird natürlich gerade im wirtschaftlichen auch für vieles als Vorwand genommen. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist jetzt eine sehr persönliche Ansicht, die besser gar nicht äußert, ob diese riesen Geldmenge, die die EZB jetzt als Fiat-Geld zur Verfügung stellt, also Fiat-Geld, das vom lateinischen Fiat, es sei, es werde, so wie es in der Bibel Echtgeld? Eben nicht. Nicht? Nein. In der Bibel Fiat, Lux, es werde Licht. Das Geld kam ja daher, dass man ein symbolisch leicht manipulierbares Zeichen wollte für echte Werte. Bis zu erst vor wenigen Jahrzehnten aufgelösten Abkommen musste jedes Geld von der Zentralbank oder vom jeweiligen Land mit realen Assets, also Werten, gedeckt sein. Gold. Amerika durfte nur so viel Dollar drucken, als es mit Gold gedeckt hatte. Das heißt, wenn sie einen Dollar Schein in der Hand gehabt haben, war das Symbol für einen echten Wert. Das wurde aufgegeben speziell unter Kriegen, die Amerika und USA damals führen mussten. Das war der junge Bush. Das heißt, und jetzt zum Beispiel diese 750 Milliarden, die die EZB jetzt begibt als Anleihen, die sind ja rein erfundenes Geld, Fiat-Geld im Sinn von, die EZB schafft es, die Zentralbanken haben das Recht, Geld zu erfinden. Und das wird jetzt verwendet eben für südliche Staaten als Corona-Hilfe verkauft. In Wirklichkeit hätten sie die auch ohne Corona gebraucht, weil Italien ja schon Bankraut war. Nur da hätten es der Bevölkerung nicht so leicht verkaufen können als Corona-Hilfe. Also ich will sagen, was unter dem Titel Corona alles geschieht. Nur viele Fachleute warnen vor diesem zusätzlich geschaffenen Geld. Man sagt auch Helikoptergeld, den ausgeschüttete 100-Euro-Scheine, de facto läuft es auf das hinaus. Aber was passiert, wenn die Warenmenge sehr begrenzt ist und Geld aber immer mehr vorhanden ist? Das führt natürlich zu einer Inflation. Wenn zehn Leute zusammen sind und jeder hat einen Euro und es gibt einen Brot zu kaufen, wird jeder einen Euro bieten und wenn der eine will und der hat einen zweiten Euro sagt, ich zahle zwei. Die Preise orientieren sich irgendwie auch nach der vorhandenen Geldmenge. Wenn aber jeder 200 Euro hat und jeder will den Leib Brot, da beginnt natürlich ein Wettlauf. Das heißt, die Preise werden ansteigen. Glaube ich, ich bin kein Prophet und kein Wirtschaftsfachmann, aber für mich ist das logisch. Diese ganze ständige Erfindung von neuem Geld, warum 750 Milliarden, 7500 Milliarden, 7,5 Billionen. Das Geld, das die EZB begibt und verwaltet, hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. Das nimmt ja irrsinnig zu. Wem gibt es es als Staat? Sie kauft Staatsanleihen. Das heißt, Österreich begibt Anleihen und die EZB kauft es und gibt für Österreich einen Teil dieses erfundenen Geldes. Alle Leute sagen, das wird eh nicht zurückzahlt. Naja, das muss zurückzahlt werden, weil diese Anleihen kaufen ja auch Fonds, die dann später Pensionen zahlen müssen und so weiter. Wer hat noch Geld? Nur mehr der Mittelstand, das Privatvermögen. Der hat noch Wohnungen, der hat noch eine Sparbuchte, die Teife. Ich weiß nicht, wohin das führt. Aber gut, das führt jetzt weg. Ich glaube, dieser Diskurs ist wichtig, dass man den Glaubt, dass viele Dinge hier gerade passieren, deren Langzeitwirkung wir unmöglich vorhersehen können. Letzten Endes war es ein wichtiger Exkurs, glaube ich. Es war zum Thema Corona. Genau. Das ist unter dem Titel, dass Corona Vorwand sein kann für manche Maßnahmen, die eigentlich anderswo ihre Begründung finden. Quasi Corona als der Deckmantel. Genau. Ganz gerne. Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs jetzt nochmal der Schwenk zurück zu den Studierenden, zu dem isolierten Thema Führung. Glauben Sie, dass Führung neu gedacht werden sollte? Es könnte neu gedacht werden, wenn gleichzeitig die Möglichkeit bestünde, strukturell an diesen zum Teil verheerenden Vorgaben der Weltwirtschaft etwas zu ändern. nachdem nachdem ich keine Aussicht sehe. Ich glaube, der Führungsstil heute wird sehr in Bedacht nehmen müssen, auch unsere ganzen Erkenntnisse über den Menschen an sich, über seinen Charakter. Dem widme ich mich ja auch im Skriptum in aller Bescheidenheit, aber der Mensch ist ja oft sehr verschieden geprägt. Jemand ist mehr ängstlich und fleißig und genau, jemand anderer ist sehr spontan und lustig und voller Ideen, aber ein bisschen schlampig. Ich glaube, wenn jemand zum Beispiel eine Abteilung leitet, für ihn ein großer Gewinn ist, wenn er weiß, wie ticken Menschen, wie sind sie verschieden, er kann dann auch Konflikte, die unter Mitarbeitern entstehen, besser verstehen, besser managen, weil sozusagen das dann ohne Abwertung geschieht. Jede Schwäche birgt auch eine Stärke und auch jede Stärke, mit der man beeindruckt, hat auch irgendwie eine Kehrseite vielleicht als Schwäche. Das heißt, je mehr ich einen Menschen verstehen kann, ihm nahe kommen kann, ohne dass ich ihn sofort bewerte, sondern zunächst Versuche so zu nehmen, wie er ist und mit ihm gemeinsam aus seinen Anlagen diese zu fördern, das Beste zu machen, für unser Team im Betrieb zum Beispiel. Das ist etwas, was eine Führungskraft, die eine überschaubare Gruppe führt, leisten kann und leisten möge, wenn sie dazu in der Lage ist. Dann wird er wirklich eine optimale, nicht sondern auch im Hinblick auf die Erbringung einer Leistung viel weiter bringen. Ich glaube, wir haben uns mit sehr spannenden Fragen beschäftigt, die für uns leider eigentlich theoretische bleiben müssen, weil sie unsere ganze Möglichkeit übersteigt, selbst die unserer Regierung, also wie wollen wir was ändern an der Weltgeschicht. Wichtig aber, dass man es ein bisschen durchschaut. Dann bin ich nicht so schnell Opfer. Dann weiß ich auch, wie kann ich mich und meine Integrität ein bisschen schützen. Aber in meiner konkreten Arbeit habe ich so in der Regel mit einer überschaubaren Einheit zu tun und dort ist sozusagen der angemessene Umgang mit den Mitarbeitern für mich ein allererster wichtiger Schritt. Vielen Dank, Herr Kuhn. Ja, danke Ihnen. Es war ein wirklich spannendes Gespräch. Das freut mich. Ja, ich darf mich an dieser Stelle für den gemeinsamen Podcast bedanken. Ja, gerne. Ich würde mich freuen, wenn es vielleicht zu einem anderen Thema oder zu einer Fortsetzung dieses Themas klappt. Ich glaube, dass man aus dieser Episode sicherlich einen Wissenserwerb hält und sich vertiefen kann in dem einen oder anderen. Ja, Herr Kuhn, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihre Ausführungen und wünsche Ihnen alles Gute und ich würde mich freuen, wenn es noch einmal klappt, vielleicht für eine zweite Folge. Ja, sehr gerne. Das fühlt mich so wohl bei Ihnen und in Ihrer Gruppe hier, sonderliebswürdige Menschen. Mit größtem Vergnügen. Besten Dank. Dankeschön.